Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble, ich bin auf die Jagd nach ein Ticket und heute habe ich das Spiel States of Survivor. Spiel starten, voll betreiben und los geht es. Los geht es, los, los. Ok, dann ein bisschen Update, Konten werden geladen, Konfigurierung werden geladen. Gut. Da stand gerade, wo ich das heruntergenommen habe, eine Nachricht, sie waren 137 Tage nicht online. Da ist irgendwas Schlechtes passiert. Ich denke mal meine Zombies haben die Basis wieder eingenommen. Denke ich mir mal. Meine Siedlung. Oh nein, da müssen wir nicht hier drinnen. 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 Die Punkte müssen alle erledigen. Oh nein, das ist aber viel. Ausheilen. Investieren. Einzahlen. Und wieder ein Monatwart. Befördern. Okay, hier noch was. Das war's. Gut. Jetzt kann ich meine Leute beschleunigen. Eine Stunde. Eine Stunde. Gut, dann sind wir gleich fertig. Noch ein paar Sekunden. Was ist jetzt hier mit... Trainieren. Fortfahren. Und trainieren. Trainieren. Oh. Forschung. Und trainieren. Und trainieren. Fortfahren. Und trainieren. Ja. Ja. Eine Belohnung. Okay, jetzt haben wir erstmal von den Gebäuden die ganzen Sachen... Erstmal was. Einsammeln. Und von den Gebäuden alles gemacht. Genau. Jetzt geh ich mal kurz hier diese roten Punkte durch. Einsammeln. Und ich schaue mich gerade so. Dann mapest dich bei uns. Aktuell bist du wieder schon. Und da. Wennしい. Ich herzlich rede. Kuchen. Das war's. So slarando. Hier ist das was. Let's beginMP skills. Und letzte. Jut. Nächste Suche. Okay. Mission. Okay. Weg hier. Technik. Okay. Postfach. Eins am Ende. Eins am Ende. Okay. Oh, abgelaufen. Okay. Ich wurde aber, glaube ich, angegriffen. Gibt es hier was? Ne, nichts. Ich weiß, wie viele Leute bei mir tot waren. Hm. Komisch. Bauzeit. Da ist etwas. Einfordern. Da ist etwas. Einfordern. Da ist etwas. Einfordern. Was kommt direkt. Die Hälte. Da ist mit Haut ein etwas. Okay. Die hat. Am Aufstehen. Schön. Mal. 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 Supi. Immer noch. Level 26. Mal. Mal. Abolgen. Cool. Mal. 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 Okay, roter Punkt abgearbeitet, die Gebäude alle abgearbeitet, hier könnte ich jetzt noch mal die Teile abarbeiten, abarbeiten, die Teile abholen, die ich bekommen habe, können wir auch schnell mal machen, erneut. Okay, und noch mal eine epische Kiste. Gut, erneut. Erneut. Okay, fertig. Oh, jetzt hat ein Held wieder etwas. Okay, eine Beförderung. Und das war's. So, jetzt aber überall fertig. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Punkten. Ich fahre natürlich auch mit dem Punkt, der in der Nähe ist. Retten. Erfolgreich. Gut. Meine Siedlung. Obwohl, ich könnte da direkt auf Intel gehen. Äh, ja. Der ist vollständig. Dann haben wir jetzt den hier dran. Hier hätte ich drauf gehen können. Intel. Okay. Intel. Fertig. Okay. Okay. Jetzt kommt der kleine Marsch. Mal auf Auto. Ich müsste nur spielen, selber spielen. Wenn ich das auf Auto nicht schaffen würde. Dann muss ich selber spielen. Okay. Okay. Ich bin so cool. Oh mein Gott. Ich bin so cool. Ich bin so cool. Es würde gut ich einfach weil ich sollte sehen ... purple .... Vers最近 den Olympics gibt ... Schleunigen wir die ganze Zeit, das ganze Mal. Das ist ein Zeichen. Oh, der Boss. Die Branne. Die Branne. Willkommen. Oh, mein Labor ist fertig. Ja, das ist fertig. Da bin ich gerade auf dem Weg. Ah, wird geschafft. VIP, das kriege ich auch noch. Ich hab ja zwei Truppen. Das ist wieder die nächste Spannung. Gut, gut, gut. Okay, zurück. Dann können wir wieder angreifen. Jetzt kann er vielleicht noch einen angreifen. Aber hier mal. Oh, das geht auch. Oh, wie kann ich ihn ausschicken? Oh, auch. Ich hab ne Luxus Uhr bekommen. Lol. Was soll ich mit Geld? Ah, ich wollte ja gar nicht rein. Aber egal. Warte mal kurz. So. Keine mehr. Gut. Auch nichts da. Helden aufleveln. Machen wir doch gleich. Das war. Jetzt bin ich sicher. Oh, jetzt bin ich. Ich mach mich jeder character. Oh! Kannst du dich sein? Oh. Kannst du dich mal einfach nicht ess mean? Marsch, Marsch! So, ist... darauf... und? So, ist es... Na, wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Okay, die ist schon zurück, noch die 41 Sekunden unterwegs, dann werden wir mal das hier machen. Wow, zweieinhalb Minuten unterwegs. 20 Sekunden, wo seid ihr, da geht doch. Jawoll. Noch eine Minute 30 sind sie unterwegs. Allianz. Badak, Tuchia, man. Oh, Mayaniger. Mitglieder? Nein Oh, ich Ganz knapp Talente Hier haben wir den Maximal Und Wirtschaft Oh, da sind sie schon Das greift an Sieht genau so aus wie bei den anderen So ein Wissen Ne, egal Dann haben wir jetzt eine Post Ein Bericht Eine Mission fertig Hippi Und Und Den abholen Brennende Geldscheine Dafür ist Geld wichtig, wenn es keine Wirtschaft mehr gibt Feuer Okay, ich geh zurück in der Siedlung Ich schaue jetzt einmal kurz her Die müssen geheilt werden Verpflege Da oben wackelt es schon wieder um Okay Und das war's für heute bei denen Genau, fertig Und Ich kann nochmal Was aufwerten Das wird mir vorgeschlagen Das nehme ich dann auch Das geht jetzt auch erstmal nicht mehr für 10 Minuten Boah Boah So kurz hervor Und Was kann ich jetzt noch machen Ich geh nochmal bei Mission rein Äh Andere Leute helfen kann ich nicht Tätige 40 Spenden 25 habe ich gemacht Gibt's 15 Punkte Ich bin bei 255 Ich brauche Noch 15 Punkte Dann habe ich die Kiste Äh Schließe 3 Herausforderungen Irgendwie was für eine Herausforderung Abgeschlossen Abgeschlossen Oh meine Hände sind so schwach Oh meine Hände sind so schwach Knappe Sache Kinderspiel Dann machen wir hier Machen wir drei alte halt Ne So Zwei gleich kommt der Boss avance Kinder Spiel Schuss! Kinder-Spiel. Nehmen wir mal die knappe Sache. Da bin ich auch gespannt. Ich habe es ja schon geschafft, die knappe Sache. Ich glaube, das habe ich dann manuell durchgespielt. Die Kaffee funktioniert mit einer Kaffee. Eine Kaffee läuft auf. Der Kaffee läuft wieder auf. Die Kaffee läuft auf der Kaffee. Wie mit einem Kaffee geht das? Die Kaffee ist in der Kaffee. Nach dem Kaffee wird auf alle Lande, aus dass man eine Kaffee läuft. Entschuldigung Knappe Sache, aber jetzt kommt der Boss. So knapp, weil ich so hau' nicht. Komm, nehmen wir noch mal den. Ich musste ja drei Herausforderungen machen. Das wäre die dritte. Das wäre die dritte. Das würde ich nicht nur noch einmal die Gründe tun. Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Noch einer. Okay. Gut. Dann Mission. Schau mal die drüber auch noch. Das sind 55 Punkte brauche ich dann. Und das kann ich schon mal vergessen. Das wird auch schwer. Und da kann ich noch mal eine Herausforderung machen. Noch mal die gleiche. Gibt's am meisten Punkte dafür. Das war's für heute. Das sind Kriegen heute. Hm. Boah, geht wer. Das war's für heute. 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 Das wird vielleicht ein bisschen knapp mit denen hier. Aber er hat jetzt grad viel Leben verloren. Also hier nicht. Aber er hat Leben verloren. Aber es hat ja trotzdem Schiff. ein bisschen so. Das wird es halt von da. Um zu verraten. Schuss mal. Ich weiß. Einzüllen. Das kann man vergessen. Das kann man vergessen. Da hab ich das. Ein Fanatiker? Ich glaube das war ein Gruppenangriff. Ja. Das kann ich nicht allein machen. Ja. Das ist ja klar. Ich bin ein Fanatiker. Ich bin ein Fanatiker. Ich bin das Sataniker. Ich bin das Fanatiker. Ich bin der Fall für eine Katarbe. Ich bin der Fall für eine Katarbe. Allianz-Krieg, das will ich Leute, ich bin alleine, ich bin ganz alleine in der Allianz. Mission, was muss ich nochmal um die letzte Truhe zu kriegen, den kann ich nicht machen. Führ einen Angriff auf Seuchen zu. Ah, das geht. Suchen aus solchen Sachen. Greifen ein Rats an. Ein Griff. Forschung. Forschung. Okay, in die Wildnis wieder. Wie weit weg ist die Seuchenzone? Da ist er. Brauchte ich nur einen Sieg? Oder das ist nur ein Sieg? Ja, ich brauchte nur einen. Okay, solche Zone geklärt. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. 50.000, 50.000. 10.000. Ich benutze ein Gefechtshandbuch. Okay, Helden. Die ist die Schwächste. Und wie kann ich jetzt das Gefechtshandbuch benutzen? Habe ich überhaupt eins? Und warum sollte ich dich glauben? Anscheinend nicht. Hm, anscheinend nicht. Hm. Dann muss ich jemanden Läufer schicken. Okay. Dann gehen wir weiter. Die sind alle gut, fertig. Dann kann ich nur noch sammeln. Okay. Ich brauche nur 5 Punkte. Fahre mal mit Metall an. 10.000. Okay, nicht da. Und wie sieht es aus mit Nahrung? Nicht da. Und Holz? Auch nicht da. Das ist ja mal... Das ist ja mal Kacke. Öl kann ich nicht sammeln. Öl kann ich nicht sammeln. Na, gehen wir dahin. Sammeln. Ich brauche nur 10.000. Äh ne, 50.000. 50.000. 50.000. Okay. 32 Sekunden. Ach, der Masch da hinten. Schauen wir mal, wie lange das damit dauert. Da brauche ich auch noch 50. Da brauche ich auch noch 50. 50.000. Ach, auch 30 Sekunden. Das geht doch. Und... Dann haben wir das hier. Und der fällt noch. Metall war glaube ich 10.000. nicht. Oh, kann ich nicht mehr schaden. Schade, 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 schade. Ach, das war's schon. Perfekt. Wir haben alles geschafft. Gut. Dann gehe ich mal zurück in der Basis. Meine Siedlung. Schauen wir mal hier, ob alles fertig ist. Die normalen. Hier ist noch etwas. Epis Tour. Okay. Perfekt. Gut, das war's dann wieder für heute. Vielleicht dauert zunächst mal nicht mehr 137 Tage bis ich wieder Stage of Survivor spiele. Mal schauen. Aber ich bin eigentlich schon ein bisschen weit gekommen. Holz war jetzt nicht allgemein, aber was ist da denn eigentlich? Ah, Shit. Ja. Das sieht doch schon mal schön aus, die Basis hier. Geht vielleicht besser, aber mir gefällt es jetzt mal. Gut. Dann möchte ich das Spiel mal beenden. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß. Die geht noch abholen. Okay, abgeholt. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.